Moin moin Leute, Flo hier und willkommen zum heutigen Video. In der heutigen Folge, Sascha ist auf Kialami unterwegs. Junge, was ziehst du denn so zu? Vince nimmt eine taktische Abkürzung. Gut. Und die LFM Off-Season war mal wieder komplett wild. Ich werde dir kein Content bieten, Janski. Ich werde hier niemanden abschießen. Ich bin jetzt ein vorsichtiger Fahrer geworden. Nein, bitte komm nicht zurück. Clean Sofa. Oh, Jungs, nicht trü- Alter. Junge, du hast sogar hier ein anderes Tier. Das ist irgendwas, glaube ich, dem ich hier. Oh, da vorne gibt's gar nichts. Alter. Oh, Junge. Ich hätte nicht gedacht, dass es irgendwie funktioniert. Oh, oh, oh. Oh, oh mein Gott. Das ist auch ein Mordanschlag. Oh, ne, guck. Du bist bei unserer... Du bist ein bisschen asozialer reinhalten hier. Macht ja irgendwie doch jeder. Meint das auch. Junge, wie er sich erschrocken hat. Oh, sorry, hallo. Oh, nein. Ja. Oh, nein. Ja. 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 Was zum Teufel. Junge, du bist so ein richtiger Po, Alter. Oh, da stirbt wer. Da sterben Leute. Oh, 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 oh. Ja, ja. Neh mal mit. Was zum Teufel. Junge, was ziehst du denn so zu? Oh, Janis. Oh Mann, es tut mir so leid. Ich hätte eine Linie fahren können. Ich hätte da gar nicht reingehalten. Aber ich glaube, die sind einfach... Die haben alle posttraumatische Überlastungsstörungen. Schon verständlich. Wo sitze ich hier? Wer hat meinen Kindersitz vergessen? Was ist das denn? Alter. Ich habe minimal eingelenkt. Na, na, kleiner Pfiffel. Oh, bitte nicht. Nein, 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 nein. Oh Gott. Und ich bin tot. Dieses Auto ist der größte Müll. Warum habe ich es gewählt? Und ich werde alles im Umfeld überlaufen fahren. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein, 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 nein. Oh, jetzt ist er besser. Oh, vielleicht ist er doch nicht besser. Hier Sekunden Off-Place. Ach du Scheiße, Digga. Oh mein Gott. Warum tue ich mir das an? Oh, mein Arsch. Mein Arsch. Oh Gott. Junge, das ist ein Full-Body-Workout, dieses Auto zu fahren. Hey, 44-0. Damit kann ich mich gleich im Rookie-Split anmelden. Junge, ich habe hier nach wirklich ein Full-Body-Workout geschafft. Dieses Faust-Feedback ist erst giga-hart, dann ultra-weich. Und wenn das Auto ein Snap hat, bist du direkt am Arsch, weil es dann hart zu weich wird. Ja, und ich bin tot. Danke, weiter geht's. Oh. How to, äh, how to andere Leute töten. Ja, seht und lernt. Also wenn ich mehr Reiter fahren muss, bin ich nach der Season Bodybuilder. Nein, 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 nein. Dreh mich, dreh mich. Ja, weiter geht's, weiter geht's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh nein, 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 nein. wirklich Angst gehabt. Alter! Wo hat der denn bremsen? Allianz, ich glaube, ich habe wieder was für das Fotoalbum. Ich habe gerade eine richtige Grimmasse gezogen mit dem BMW von dir. Gut. Achtung! Tabeto! 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 Egal, du blöder Hund, Alter. Perfekt. Was habt ihr denn angeschaltet? Ja, ich habe gebremst, weil da so ein Pfeil einfach über die Fläche geflogen ist. Sonst hätte der mir einfach eine Mauer gematscht. No! Aua! Junge, ich dachte kurz, ich überschlag mich jetzt seitlich. Hätte ich schon so aufgesehen. Dann wäre der Arbeitstag wenigstens vorbei gewesen. Ja, Herr Biermann. Statements werden von Jansky komplett gebügelt. Das ist ja nicht das erste Mal für Biermann. Bist du denn bescheuert, Vincent? Ja.